Logbuch Freiheit, die vierte Folge vom 10. Mai 2020. Ihr wisst, Logbuch Freiheit ist der Videospin-Off von Logbuch Netzpolitik zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die die Juristin Lea hier immer mit mir zusammen vertritt. Und wir wollen uns heute mit gleichen Rechten für alle Eltern auseinandersetzen. Es gibt ja Familien in ganz vielen verschiedenen Formen des Zusammenlebens, Mehrfamilien, Generationenfamilien, Patchworkfamilien, getrennte Familien, wieder zusammengewachsene Familien, zwei getrennte Familien, die irgendwie zusammengewachsen sind. Und es gibt in Deutschland seit kurzem erst eine gleichberechtigte Ehe für alle. Man hätte denken können, das war ein sehr wichtiger Schritt, aber dieser Kampf ist noch lange nicht zu Ende, denn es gibt in unserer Gesellschaft noch Diskriminierung von queeren Menschen, insbesondere wenn es um Ehe und Familie geht. Lea kämpft dazu für die Gesellschaft für Freiheitsrechte gerade zwei Verfahren. Aber vielleicht kannst du uns als erstes nochmal genau erklären, was heißt denn eigentlich queer in dem Zusammenhang? Queer ist ein Überbegriff, unter den ganz unterschiedliche Menschen fallen. Und zwar alle Menschen, die nicht in die heterosexuelle Zweigeschlechterordnung fallen. Also die entweder eben von der sexuellen Orientierung nicht heterosexuell sind, schwul oder lesbisch. Oder aber die zum Beispiel sich als trans identifizieren, also nicht in dem Geschlecht leben können oder wollen, dass ihnen bei der Geburt zugewiesen worden ist. Und das ist begrifflich vielleicht so ein bisschen ein Unterfall. Auch darunter fallen eben nicht-binäre Menschen, also Menschen mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität, die also nicht oder nicht nur sich als männlich oder weiblich empfinden und die in Deutschland eben seit 2000, also seit einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 2018 und vor allem dann der gesetzlichen Umsetzung ein Jahr später auch inzwischen einen Diverseintrag als Geschlecht quasi in dem Personenstand angeben können. Nicht alle Menschen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität haben diesen Diverseintrag. Einmal, weil es da noch rechtlich ungeklärte Fragen im Zugang gibt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch, weil Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen eben zum Teil den als nicht richtig oder nicht ausschließlich richtig empfundenen Geschlechtseintrag nicht ändern. Und das ist alles der Überbegriff queer und queere Eltern wollen wir heute sprechen. Genau. Wie wird man denn queerer Elternteil, also rechtlich? Wie man das praktisch hinbekommt, können wir uns wahrscheinlich alle ganz gut vorstellen. Aber wie man das rechtlich hinkriegt, das wird wahrscheinlich um einiges schwieriger sein. Wo werden denn da so Diskriminierungen sichtbar? Also auch wenn man praktisch Eltern wird, da gibt es ganz viele spannende Fragen. Aber vielleicht dazu, wie wird man überhaupt rechtlich Elternteil? Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man wird direkt bei der Geburt als Elternteil eingetragen in der Geburtsurkunde und im Geburtenregister oder später man adoptiert. Und bei der Geburt eingetragen wird man entweder, wenn man die gebärende Person ist, nach dem Gesetzeswortlaut im BGB als Mutter oder es gibt die Möglichkeit, als zweites Elternteil eingetragen zu werden. Und zwar im BGB, also im bürgerliches Gesetzbuch, in der entscheidenden Norm mit dem Wortlaut Vater. Und dort gibt es drei Möglichkeiten, quasi als Vater in der Geburtenurkunde zu landen. Und das ist also erstmal über die Ehe mit der gebärenden Person, also mit der Mutter im BGB-Wortlaut. Als zweites über eine Anerkennungserklärung mit dem Einverständnis der Mutter. Und drittens eben über ein Gerichtsverfahren, in dem die biologische Abstammung geklärt wird. Und diese beiden Möglichkeiten, das sieht man dann eben schon sehr direkt, sind im Wortlaut des bürgerlichen Gesetzbuches immer noch quasi, also der Wortlaut beruht noch auf dieser Vorstellung, gebärende Person immer Mutter. Und sie ist eben möglicherweise verheiratet mit einem Mann und der kann dann Vater sein. Und da tun sich eben Diskriminierungsmöglichkeiten auf, denn gebärende Person kann ja auch Mann sein, also ein Transmann, wird dann aber nicht geschlechtergerecht eingetragen in der Geburtsurkunde. Und zweiter Elternteil kann ja eben auch ein Nichtmann sein, sei das jetzt eine Person mit nichtbinärer Geschlechtsidentität oder eine Frau. Also das zum Beispiel lesbische Paare sind so ein recht typischer oder bekannter Fall von Personen, die davon betroffen sind. Und alle, die also nicht bei der Geburt schon eingetragen werden als Elternteil, können dann nur adoptieren. Okay und wenn, da habe ich eine kurze Nachfrage, wenn jetzt in so einem Adoptivfall, also dann sagen wir mal, wir haben jetzt eine Familie mit zwei Müttern, die sich mit Hilfe einer freundlichen Spende durch einen Mann dann ein Kind in die Familie haben bringen lassen. Wie wird das denn dann, das heißt die zweite Mutter adoptiert dann, kann aber nur als Vater eingetragen werden oder und vor allem der andere, kann man dann auch, also hat man dann drei Eltern, ist das so oder wie wird das? Korrekte Nachfrage, über diese Adoptionsverfahren geht es dann auch als zweite Mutter eingetragen zu werden. Ach das geht dann? Das geht dann, aber diese zweite Mutter ist dann quasi eine Stiefmutter, die erstmal das Adoptionsverfahren durchgehen muss. Und das ist auch, das ist also auch, also deswegen, man kann ja sich ja fragen, ist ja in Ordnung, soll sie einfach adoptieren? Aber das ist natürlich für diese Personen oft unzutreffend, denn das ist ja ein Paar, das sich möglicherweise eben gemeinsam in Familienplanung Gedanken gemacht hat. Und die Samenspende kommt häufig, also es gibt unterschiedlichste Kondensationen, aber wenn es eine Samenspende ist, dann kommt das von einer Person, die also gar nicht Elternteil des Kindes sein möchte. Und ein Paar überlegt sich also gemeinsam ein Kind zu haben und trotzdem muss die zweite Person adoptieren. Und das kann halt, dauert im Regelfall sowas wie ein Jahr, hat gewisse Unwägbarkeiten und das bedeutet eben für so eine Familie auch, also einmal so eine gewisse Rangordnung quasi zwischen der gebärenden Person, der ersten Mutter und der zweiten Mutter, aber auch so eine Unsicherheit quasi für beide Elternteile und für das Kind. Also wenn zum Beispiel die gebärende Person verstirbt, dann ist das Kind weise oder auch zum Beispiel, wenn die Beziehung der Eltern, bevor die Adoption durch ist, in die Brüche geht, dann kann das für das eine oder für das andere Elternteil eben bedeuten, dass die Elternkindsordnung quasi nicht stattgefunden hat. Und zum Beispiel, dass die zweite Mutter dann ohne Ansprüche ist gegenüber des Kindes, das ja aber mit ihrer, also in der gemeinsamen Planung gezeugt wurde. Und jetzt kenne ich, dass ihr als GFF in solchen Situationen immer strategische Verfahren findet, die die rechtlichen Ungerechtigkeiten oder Unwägbarkeiten irgendwie spezifisch zum Tragen bringen, um diese Verfahren strategisch zu führen, damit sich die Rechtssituation ändert. Das ist ja eigentlich immer, kurz gesagt, eure Herangehensweise. Welche Verfahren habt ihr da jetzt gerade genau als GFF, die du betreust? Wir haben zwei Verfahren, die aber beide das gleiche Problem thematisieren. Und zwar, wenn wir uns in den speziellen Verfahren geht es um die zweite Elternstelle, also nicht die gebärende Person, sondern die zweite Elternstelle und Personen, die nicht männlich sind. Also einmal ist es ein lesbisches Paar, Familie Ackermann ist damit auch sehr öffentlich. Und einmal ist es ein Paar, bei der die zweite Person eben einen nichtbinären Geschlechtseintrag auch hat, also einen diverse Eintrag und deswegen nicht als Elternteil eingetragen worden ist bei der Geburt. Und wir haben es ja deswegen so ein bisschen aufgezeigt, das ist also quasi nur ein kleiner Teil des etwas größeren Feldes von Diskriminierung von queeren Personen, wenn es eben um Anerkennung von Elternschaft und Familie geht. Genau, und in diesen Verfahren haben wir, die wir jetzt begleiten, wollen wir eben darstellen, dass diese Diskriminierung, die da stattfindet, verfassungswidrig ist. Und dafür müssen wir damit durch die Instanzengerichte, das hat relativ schlechte Erfolgsaussichten, wie so häufig in unseren Verfahren, denn da gibt es ganz klare BGH-Rechtsprechungen, die diese Verfassungswidrigkeit nicht anerkennt. Dann versuchen wir damit beim Bundesverfassungsgericht zu landen und andernfalls müssen wir überlegen, vielleicht auch nochmal zu internationalen Gerichten zu gehen. Jetzt könnte eurem Vorhaben ja entgegengebracht werden, naja, ist doch eigentlich zumutbar, ein Kind zu adoptieren, das nicht von einem abstammt. Also so ist es ja bei vielen anderen, bei heterosexuellen Paaren im Prinzip auch. Ja, genau, also ich habe, glaube ich, die Nachteile der Adoption ja gerade schon ein bisschen dargestellt, aber was ich eben auch sagen möchte, ist, dass diese Anerkennung der Elternschaft, wie sie aktuell stattfindet, da wird ganz oft eingewandt. Ja, es ist eben auch ein Unterschied, ob man als heterosexuelles Paar eben auch, ob das Kind auch von beiden abstammt oder ob das bei einem nicht-heterosexuellen Paar das Kind vielleicht auch nicht von dem zweiten Elternteil abstammt. Aber einmal muss man eben sagen, dass auch jetzt schon die rechtliche Anerkennung des zweiten Elternteils zwar auch, aber eben nicht nur mit der möglichen biologischen Abstammung zu tun hat, sondern ganz klar sind diese Regelungen eben dazu gedacht, möglichst klar von Geburt an zu regeln, wem das Kind zugeordnet wird. Das ist auch für das Kind wichtig. Außerdem soll das also auch in Fällen gelten, wo es um einen Seitensprung ging oder auch wo es zum Beispiel um eine Samenspende ging bei einem heterosexuellen Paar. Das heißt, manchmal fällt auch biologische Abstammung schon raus. Dann kommt hinzu, dass also gerade in den Konstellationen auch, wo eine nicht-binäre Person beteiligt ist, also mit einem Diverseintrag, dass noch gar nichts darüber aussagt, ob diese Person nicht fortpflanzungsfähig ist und ob sie Samen oder Eizellen geben kann. Es gibt also auch Konstellationen, in denen quasi, wen Ehe haben, nicht zwischen Mann und Frau und trotzdem eine Abstammung möglich ist. Ja, und schließlich ist halt also auch diese Adoption einfach insgesamt ein totales Nachteil und diskriminiert ein totaler Nachteil und bringt ganz viel Unsicherheit in so eine, ja irgendwie vielleicht auch schutzwürdige Situation junger Eltern oder einer jungen Familie. Und diese Diskriminierung ist einfach sachlich nicht gerechtfertigt. Die Probleme sind ja eigentlich relativ offenkundig, dass es da zu einer Diskriminierung kommt, insbesondere wenn es sich schon um existierende Ehen handelt. Gibt es da keine politischen Reformverfahren? Warum müsst ihr da jetzt tatsächlich klagen? Weil das Problem ist ja eigentlich offensichtlich. Ja, genau. Die Diskriminierung ist offensichtlich. Das wird auch seit Jahren von allen möglichen Verbänden vorgebracht. Es gab einen Diskussionsentwurf im Justizministerium, der in vielerlei Hinsicht sehr positiv war, der aber nicht in einem Gesetzesentwurf geendet ist. Da scheint der Prozess einfach zu stocken. Es gab einen Gesetzesvorschlag auch der Grünen, der sich vor allem auf Frauen und also lesbische Paare konzentriert hat, der aber auch nicht durch das Gesetzgebungsverfahren gekommen ist. Und schließlich müssen wir jetzt hoffen, vor Gericht damit zu Erfolg zu kommen. Dann wünsche ich der GFF damit sehr viel Erfolg. Das war es auch schon wieder vom Logbuch Freiheit, dem Zusammenschluss von GFF und Logbuch Netzpolitik. Ihr könnt die GFF mit Spenden unterstützen unter freiheitsrechte.org und ihr könnt Logbuch Netzpolitik abonnieren unter logbuch-netzpolitik.de. Tschüss. Ciao, ciao.